So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute wird schon wieder ein richtig heftiger Tag. Gestern fünf Videos rausgehauen. Ich glaube, mich tritt ein Specht... Storch? Irgendwas. Heute auch schon wieder Raid am Mittwoch. Nach Raid am Mittwoch kam dann, glaube ich, der Trick mit dem Shiny Mew. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Die Leute rennen mir die Bude ein mit Moddrohungen. Jetzt haue ich das raus, weil das auch wichtig und aktuell ist. Dann gibt es ja noch die Raid Mania heute Abend. Die Raid Stunde, 18 bis 19 Uhr, wo ihr wieder einladen könnt. Ich nehme wieder jede Einladung an. Das wird wieder richtig brutal. Und abends möchte ich noch eine Challenge hochladen, die ich gestern probiert habe, die ich auch eigentlich ziemlich übertrieben fand schon wieder. Jetzt aber zum aktuellen Thema, um was geht es? In letzter Zeit haben viele Leute geschrieben, kann man bei dir auch Mitglied werden? Ihr kennt das ja von größeren YouTube-Kanälen, die eine Mitgliedschaft anbieten, damit Leute den YouTuber supporten, unterstützen können, auch geldlich, dass sie dem wie eine Nutte da jeden Monat so einen 5-Euro-Schein in den Schlüpfer stecken. Das ist jetzt auch möglich. Aber ich bin ja nicht irgendein großer YouTuber, der euch da irgendwelche exklusiven Vorteile verspricht. Oder wie bei Unge und großen bekannten Leuten, dass wenn die einen Stream machen, der Chat nur für Mitglieder aktiv ist, sprich, ihr könnt da nichts schreiben. Ihr könnt zwar alle gucken, ihr könnt aber nichts schreiben, außer ihr seid Mitglieder vom Kanal. Dann könnt ihr schreiben. Wäre natürlich in dem Sinne richtig schlau von mir, wenn ich ankomme und sage, ich mache das, den Chat nur für Mitglieder. Denn ihr könnt selbst die geringste Mitgliedsstufe nehmen. Bezahlt einmal im Monat diese Mitgliedspauschale. Und dann könnt ihr im Chat mitchatten und schreiben. Wuhu! Da käme ich mir trotzdem aber richtig dumm und mies vor. Außerdem bin ich eine kleine Wurst. Und ich will, dass ihr freiwillig unterstützt, wenn ihr das möchtet. Aber nicht, dass ihr Geld bezahlen müsst, um überhaupt mit mir schreiben zu können oder mich erreichen zu können. Das fände ich ein bisschen too much. Deswegen möchte ich euch das mal kurz zeigen. Seit wann ist Facebook eigentlich so hässlich schon wieder? Das hat schon wieder alles umgeändert. Seitdem sieht das wieder richtig verkackt aus. Ich habe vorhin das Raid am Mittwoch-Video gepostet. Wenn ihr jetzt in nächster Zeit irgendein Video von mir anklickt, ne? Das sieht ungefähr so aus. Wir kennen die Leute. Die gucken immer nicht in die Beschreibung. Wenn ihr in die Beschreibung guckt, hier steht ja immer ganz als allererstes oben, Futter für Adi spenden. Wer Adi nicht kennt, Adi ist meine Katze, ne? Der liegt ungefähr schon wieder hier hinten. Hier in diesem, äh, in diesem Körbchen. Adi! Gut, er schläft. Nein, er guckt und denkt, ich bin bescheuert. Es gibt sogar Leute wirklich sehr ehrenhaft. Ich glaube, der Ingo hat beim letzten Mal schon wieder gespendet. Das fand ich auch sehr cool. Das kriegt man ja nicht mit, wenn das nicht im Stream passiert. Im Stream, wenn Spenden reinkommen, werden die hier ja angezeigt, was halt über YouTube läuft. Aber YouTube, ihr wisst, behält 30% selber. Sprich, von 10 Euro kriege ich nur 7 Euro. Und YouTube sackt selber 3 Euro ein. Denn ich kriege nur 70%. Deswegen gibt es Leute, die sagen, sie spenden nicht im Stream. Denen ist das egal, ob ihr Name da steht oder nicht. Sie wollen, dass ich was für meine Arbeit bekomme. Und die spenden über Paypal. Dazu also hier dieser Paypal-Link. Wenn ihr das anklickt und aufmacht, dann werdet ihr automatisch zu Paypal umgeleitet. Hier seht ihr das schöne Bild vom Adi, was aussieht wie ein Abra. Und hier könnt ihr einfach Ramon Hess, also mir, Geld spenden. Danke an jeden Supporter, damit Adi immer genug zu fressen bekommt. Und das, was hier über Paypal reinkommt, das geht auch 100% an mich. Da wird nichts abgezogen. Das kriege ich alle, so wie es da steht. Jetzt habe ich neu, wenn ihr auf mehr ansehen klickt. Also hier steht auch immer der Trainer-Code dabei. Hier steht der Link zum Discord-Server für die Telegram-Gruppe. Also die Chat-Gruppe für die Telegram-Raid-Gruppe. Mein Facebook-Profil, mein Instagram-Profil, mein Battle-Turnier. Und jetzt ganz neu unter den Adi-Link habe ich neu Kanal-Mitglied werden reingehauen. Das steht jetzt auch in jeder Beschreibung. Wer also da reinguckt und hier drauf geht, auf Kanal-Mitglied werden, der kommt dann hier zu diesem Tab. Mitgliedschaft Ramses, der Dilke. Der Dicke, Kanal-Mitglied werden, als Mitglied erhältst du Zugriff auf exklusive Vorteile. Glaubt aber nicht alles, was im Internet steht, das ist gelogen. Da kann ich nichts dazu, das hat YouTube einfach so gesagt. Wer noch schlauer ist und nicht extra erst in der Beschreibung den Link suchen will und der Augen im Kopf hat, sieht, dass sowieso unter jedem Video jetzt dieser Button Mitglied werden steht. Und wenn ihr hier drauf geht, auf Mitglied werden, geht auch genau dieses Fenster auf. Kanal-Mitglied werden. Und das ist nicht nur unter jedem Video, das ist selbst, wenn ihr bei dem Kanal normal irgendwo seid, selbst wenn ihr hier in dem Hauptmenü seid, Mitglied werden, wenn ihr bei, wenn ihr auf Videos seid, und das wird euch da angezeigt, so steht da Mitglied werden, wenn ihr in den Playlists seid, bei Community, bei sonst was. Also theoretisch, ich weiß gar nicht, ob ihr das so seht, ich glaube, ich müsste die Sichtbarkeit anders stellen. Auf jeden Fall, wir können das ja nochmal so probieren, wir geben einfach mal ein, Ramses der Dicke, ihr seht jetzt auf YouTube, ach, hier der Kanal vom Ramses, ihr drückt da drauf, und dann seht ihr, oh, Mitglied werden, dann ihr drückt wieder hier und kommt auf diesen Reiter, bei dem ihr Mitglied werden könnt. Ich habe jetzt schon Kommentare gelesen von manchen Leuten, die gesagt haben, boah, 99 Euro, das ist viel zu teuer. Was ist denn los? Es ist ja nicht so, dass ihr 100 Euro bezahlen müsst, um weiterhin meine Videos zu gucken. Ich habe nur gedacht, ich biete mehrere Stufen an, aber nochmal, das ist reiner Support von eurer Seite aus, vorerst. Es gibt keine exklusiven Vorteile, es gibt keine exklusiven Videos, die nur für Mitglieder sind, es gibt keine Chatfunktion, die nur für Mitglieder ist, es gibt keine Livestreams, die nur für Mitglieder sind. Ich möchte nicht sagen, dass man sich meinen Content erkaufen muss, was für mich eigentlich sinnvoll wäre dann, damit ich da mehr Geld kriege. Ich biete das einfach gerade aus Spaß an und Leute, die eben eine Kanalmitgliedschaft nehmen, die erkennt man ja dann trotzdem, denn ihr Name, der wird anders angezeigt, die haben ein bestimmtes Zeichen am Namen dran. Im Chat, in den Livestreams, erkennt man, ob jemand ein Mitglied ist oder kein Mitglied. Und es ist dann immer cool zu sehen, wenn Leute in den Livestreams sind, die Mitglieder sind, da freue ich mich besonders, denn ich bin trotzdem dankbar über jeden, der sagt, er möchte mich unterstützen, macht deshalb eine Mitgliedschaft, auch wenn er nichts davon hat, also keine Vorteile, aber ich habe was davon und er kriegt ja trotzdem immer Content und alles, wer da also was unterstützen möchte, deswegen gibt es zum Beispiel Raupi, das sind 99 Cent im Monat, wer also sagt, ich gebe 100 Euro im Monat für Zigaretten aus, vielleicht hat derjenige ja sogar 1 Euro für den Ramses übrig, um 1 Euro im Monat an den Ramses zu spenden, ganz automatisch als Mitglied, wenn das 100 Leute machen, für jeden von euch ist das nur 1 Euro im Monat, für mich sind es dann 100 Euro im Monat, die ich bekommen würde, das würde mir also auf jeden Fall helfen, dann kann ich vielleicht trotzdem auch irgendwann mal in eine bessere Kamera investieren, dass ich nicht mehr mit diesem alten Camcorder, Schinkenklopferdings da hier rumrennen muss, würde ich mir vielleicht auch mal eine GoPro zulegen, mit besserem Weitwinkel, Breitbild, Zeugs, allem dabei, bessere Auflösung, allen hin und her, das ist also das kleinste Paket, was ihr machen könnt, ihr seid dann ein Raupi und bezahlt 1 Euro im Monat, also 99 Cent, dann so für diese Standardbesetzung, gibt es Relaxo, ihr könnt auch ein Relaxo werden, ein Relaxo spendet 5 Euro im Monat und wenn ich jetzt schon sehe, die letzten 3 Streams, hat Flatti zum Beispiel 5 Euro gespendet, das heißt, er hat jetzt schon in diesem Monat 15 Euro investiert, wenn er Mitglied wäre, würde er automatisch 5 Euro im Monat spenden und würde als Mitglied angezeigt werden, dann tut er auch was Gutes und weiß ich nicht, gut, ich hab dann halt nur 5 Euro statt 15 Euro von ihm, wenn er Mitglied ist und dann als Mitglied sich ausruht und ein Relaxo ist, aber er ist dann ein Relaxo oder Biala, der so oft 5 Euro spendet, ich glaub, wenn's hochkommt, die dritte Stufe, seht ihr, die dritte Stufe ist Mewtwo, das ist 99,99 Euro im Monat, Biala, der hat so viel schon gespendet, wenn man das alles zusammenzählt, was der da abgibt, der ist schon fast ein Mewtwo von seinen Sachen, trotzdem würde ich natürlich niemanden zwingen oder überreden wollen oder sagen wollen, holt euch eine Mewtwo-Mitgliedschaft, da bezahlt ihr 100 Euro im Monat, ne, und dann seid ihr Mewtwo, das ist richtig krass und deswegen verstehe ich auch nicht, wieso es dann Leute gibt, die schreiben, was, 100 Euro ist viel zu teuer, es ist doch nur als Option da, ihr könnt genauso gut 5 Euro im Monat bezahlen, ihr könnt genauso gut einen Euro im Monat bezahlen, aber ihr könnt genauso gut einfach gar nichts bezahlen im Monat, aber seht trotzdem alle Videos, könnt trotzdem im Chat schreiben, es ist trotzdem alles zugänglich und es steht ja auch hier dabei, Raupi, Support durch Neulinge, Relaxo, Support durch die Standardbesetzung, so Leute, die eh schon öfters mal im Stream gespendet haben, vielleicht ist das für die ja interessant, dass die sagen, ach, bevor ich in jedem Stream 5 Euro raushau, äh, mache ich einfach mal so eine Mitgliedschaft, dann wird mein Name besonders hervorgehoben, weil ich ja ein Mitglied bin und dann, äh, gibt's da regelmäßig im Prinzip 5 Euro und dafür spenden die dann im Stream zum Beispiel nichts mehr, aber spenden über die Mitgliedfunktion, das wäre auch eine Option und dann gibt's eben Mewtwo, Support, der nicht von dieser Welt stammt und bitte, Mewtwo ist ultra selten, Mewtwo ist ultra stark, ich glaube nicht, dass wir jemals ein Mewtwo zu Gesicht bekommen, aber Mewtwo muss es auch geben und das ist das ganze Prinzip davon, deswegen auch hier dieses lustige Bild vom Herrn, äh, Picard, keine Ahnung, denn es ist eine Mitgliedschaft, die komplett sinnlos ist, auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick eigentlich sympathisch wirken soll, denn, ihr sollt nicht, ihr sollt euch keine Vorteile erkaufen, es sollen keine Leute ausgegrenzt werden, es geht wirklich rein um euch und euren Support, dass ihr auf diesem Wege habt, auch, äh, auf diesem Wege auch die Möglichkeit habt, den Kanal zu supporten, wenn ihr das möchtet, es ist kein Muss und es entgeht euch nichts, wenn ihr kein Mitglied seid, das war mir wichtig, wer trotzdem Mitglied werden möchte, wie gesagt, der Button Mitglied werden ist da und unter jedem Video in der Beschreibung steht es eben auch dabei, äh, mit Link, neu, Kanalmitglied werden, könnt ihr draufdrücken, könnt ihr machen, wer sonst noch Fragen dazu hat, schreibt es halt unter das Video, vielleicht werden wir das irgendwann mal, wenn wir doch Mitglieder haben, vielleicht werde ich doch irgendwie mal was einfüllen, einführen, dass Mitglieder was Besonderes haben, zum Beispiel besondere Logos, besondere Emojis, Personalisierte, damit muss ich mich aber noch beschäftigen, dass die also besondere Sticker dann haben, die eben nur Mitglieder haben, das ist jetzt nichts, was ultra brutal ist, wo die übelst den Vorteil haben, aber das gibt denen einfach trotzdem noch mal was mit, ne, deswegen, so ein paar Emojis kann man immer mal reinnehmen, die ganzen Kermits oder so, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, das war es aber jetzt von meiner Seite aus, ich hoffe trotzdem, dass vielleicht der ein oder andere, den Weg in die Mitgliedschaft findet, ich würde mich auf jeden Fall freuen, aber selbst wenn nicht, ihr kriegt auf jeden Fall weiterhin alles kostenlos, und wer halt unterstützen möchte, kann das machen, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses.